Hey Freaks, wir befinden uns hier in einer der schönsten Open-Air-Locations Deutschlands, nämlich dem Amphitheater in Gelsenkirchen. Und hier werden wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern, am 30. und 31. August 2024. So süß aus, Leute. Und wer 2019 schon dabei war, der wird wissen, obwohl es gerade total still ist und kalt ist, er wird es an diesen Wochenende heiß und laut. Wir sind keine Band, wir sind eine Familie. Leute, schau euch das hier mal an, ist es nicht der Wahnsinn? An eurer Stelle würde ich mich genau hier hinsetzen. Hier seht ihr am besten. Wobei hier am Bierstand ist der Blick auch nicht verkehrt. Selbst von Valhalla aus hat man den besten Blick. Oder hier im Circle Pit. Hier ist eigentlich auch ganz geil. Erste Reihe als Drum-Surfing-Helfer. Ja, komm. Aber hey, am Ende ist es doch scheißegal, wo ihr steht. Wir reden nicht, wir das überall. Für euch nur das Beste. Die besten Gäste, die man sich wünschen kann für so ein Jubiläum. Nämlich Fokus. Freinando Express. Mr. Misery. Dimitri. 257ers. Knorkator. Schattenmann. Und Beast in Black. Also Freaks, zwei Tage, zweimal der fetteste Abriss des Jahres. Zwei komplett unterschiedliche Setlisten am 30. und 31. August 2024 hier im Amphitheater. Seid dabei und holt euch die Tickets. Da 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 Vielen Dank.